Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über Ole Werner bzw. er selber hat beim Kicker eine Art Zwischenfazit gegeben und vor allen Dingen, ich sag mal, einer der großen Punkte war auch kein Problem in der Offensive. Wir schauen heute mal drauf. Ich werde euch natürlich den Artikel später unten verlinken, zeige euch den auch gleich gerne. Und dann gehen wir mal auf ein, zwei Punkte ein. Und ich habe mal einfach mal geguckt, so nach sechs Spieltagen jetzt, ey, wie stehen wir eigentlich gegenüber dem Bundesligaschnitt im Zweikampfverhalten, in der Laufleistung und so weiter. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, würde ich sagen. Ihr lasst gerne mal ein Däumchen da oben da, gerne, gerne auch ein Abo dalassen, wenn ihr da mögt. Und wenn ihr Zeit und Lust habt und gesagt habt, ey, Nico, ich habe irgendwie ein bisschen Hunger, ich will hier ein bisschen Inspiration holen oder ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe einfach Bock beim Essen, ein Essensvideo zu gucken, dann checkt gerne meinen Zweitkanal ab. Hier seht ihr es, er in 96. Da kommt morgen übrigens, hier bei uns in NRW ist ja so, Mangal, Lukas Podolski, Döner, Burger, alles sehr groß. Und diesmal habe ich ein Battle gemacht, Mangal, Döner gegen Mangal, Burger. Könnt ihr gerne vorbeischauen, kommt morgen online. Heute Abend sind wir live mit dem Stammtisch, 18 Uhr. Und jetzt beginnen wir, würde ich sagen. So, um 18 Uhr reden wir natürlich dann auch nochmal ein bisschen mehr über Freiburg, dass ihr da auch Bescheid wisst. So, schauen wir mal, das ist der Artikel, den ich gerade eben meinte. Werners Zwischenfazit und ein komisches Werder-Gefühl. Coach sieht, in Anführungszeichen, kein Problem, Tore zu schießen. Ich wollte euch den Artikel unten mal verlinken, dann könnt ihr den ja gerne selber einfach mal anschauen, gucken, was findet ihr da vielleicht gut, was nicht und so weiter und so fort. Und wir sprechen jetzt mal allgemein erstmal über die gesamte Situation. Also Ole Werner selber sieht auch kein offensives Problem. Man muss natürlich erstmal de facto sagen, das stürzen sich ja auch sehr viele immer auf Zahlen, Daten, Fakten. Und da ist so ein bisschen das Problem, das kann von einer zur anderen Woche halt immer komplett durch die Decke gehen. Also nehmen wir nur mal das Bayern-Spiel, ziehen wir die fünf Gegentore ab vor dem Bayern-Spiel. Dann stehst du statistisch in der ohne Gegentore oder beziehungsweise in der Gegentor-Statistik im echt soliden, guten Bundesliga-Mittelfelder. Durch das Spiel bist du eben im letzten Tritt reingerutscht und demnach stürzen sich eben viele auch auf diese Punkte. Genauso ist es jetzt bei den geschossenen Toren. Wenn wir uns einfach mal anschauen, welche Mannschaften haben denn weniger Tore geschossen als wir? Wir sehen hier Tore geschossen, wir haben acht geschossen, da kann man ja durchgehen. So, da siehst du Union Berlin hat weniger Tore geschossen als wir, München Gladbach hat weniger geschossen, St. Pauli hat weniger geschossen und der VfL Bochum. Das heißt, nur vier Mannschaften haben weniger Tore geschossen als Werder Bremen. Sprich, du bist im letzten Dritte eben drin, was Tore schießen angeht. Das heißt, rein von den Zahlen, von den Daten her, bist du eine Mannschaft, die derzeit, also stand jetzt gerade, ein Problem mit Tore schießen hat. So wird das Ganze dann auch gerne mal gesehen. Ich muss natürlich sagen, man muss das Ganze hier so ein bisschen auseinanderpflücken. Natürlich haben wir auch zu Hause, hätten wir mit Sicherheit den einen oder anderen mehr machen müssen und dafür auch mehr tun müssen. Das ist für mich auch ein gutes Stichwort, mehr dafür tun müssen. Wir haben aber auch schon gezeigt in Spielen wie Hoffenheim, dass wir es eigentlich schon auch drauf haben, Tore selber zu erzielen und eigentlich per se auch nicht direkt ein Problem damit haben, Tore zu schießen. Man darf auch nicht vergessen, dass uns gerade auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler fehlt, auch wenn in der Vorbereitung bei vielen irgendwie, das ist halt wieder leider so ein bisschen dieses Fußballgeschäft, da passiert das zu schnell, dass Leute direkt abgehakt werden. Und das ist ja bei Justin Jimmer auch passiert. Ich weiß noch, ganz, ganz viele haben auch in der Vorbereitung geschrieben, vielleicht war es nur so ein One-Hit-Wonder und weiß, dass ich war es alles. Und ja, ich bin da Gott sei Dank sehr, sehr froh, dass Justin Jimmer auch relativ schnell zeigen konnte, nee, nee, da ist er und er ist verdammt wichtig für uns. Und jetzt mittlerweile rufen wir und warten wir schon nach Justin im Prinzip. Hoffentlich ist es auch bald wieder so weit, dass er wieder zurückkommt. Man muss sagen, dass Wolfsburg wahrscheinlich ein bisschen schwierig noch wird, aber vielleicht Leverkusen dann schon eher ist. Und bei so einer Mannschaft, wo du vielleicht durchaus mehr auf Konta spielen kannst, wäre das ja eine Option. Heißt, natürlich fehlt auch ein Justin Jimmer in dieser ganzen Bubble oder in diesem ganzen Ding. Wenn wir jetzt auf die einfach mal Bundesliga-Statistik schauen, das heißt, wie hat sich Werder denn in diesen ersten sechs Spielen geschlagen? Und das im Vergleich zum Bundesliga-Durchschnitt. Dann können wir das hier auf dieser Seite machen und zwar auch wieder beim Kicker. Dann seht ihr hier Werder-Bremen-Statistik, Werder-Bremen und dann das Bundesliga-Durchschnittsspiel. Hier kannst du aber auch jeweils einen Verein zum Beispiel eingeben. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Mainz, willst du es mit Mainz vergleichen, kannst du das auch hier tun. So, aber wenn wir jetzt wieder zum Durchschnittsspiel in der Bundesliga, also Bundesliga-Durchschnittsspiel gehen, dann sehen wir, wir sind mit 1,33 Toren pro Spiel unter dem Bundesliga-Durchschnitt. Auch was Torschüsse angeht, sind wir unter dem Bundesliga-Durchschnitt und auch was Laufleistung angeht, sind wir unter dem Bundesliga-Durchschnitt. Und gerade der Punkt Laufleistung regt mich manchmal ein bisschen auf, weil das ist etwas, wo ich finde, da kannst du sehr, sehr viel für tun. So, es gibt halt nun mal, nehmen wir jetzt nun mal an, du hättest in den ersten Spielen vielleicht gegen Kiel, St. Pauli und Bochum gespielt. Nun mal angenommen, statt Bayern, Dortmund, Freiburg. Dann wärst du wahrscheinlich in den Torschüssen und Toren auch wesentlich weiter vorne. Das ist jetzt einfach mal ein Take von mir, das glaube ich. Könnt ihr jetzt gerne auch anders sehen, ist ja nicht schlimm, aber das ist nun mal so das, was ich dazu sage. Was mich aber nervt, ist die Laufleistung, weil da kannst du eben wesentlich besser dastehen. Du kannst dafür viel tun, du kannst für ein Spiel viel tun und dadurch generierst du wahrscheinlich auch mehr Abschlussmöglichkeiten, wenn du mehr läufst. Das ist im Normalfall auch so, weil du einfach dadurch mehr Arbeitsbereitschaft hast und dadurch vielleicht auch mehr in den Konter reinkommst, da auch mit mehr Leuten vielleicht nach vorne sprintest und dadurch vielleicht mehr Möglichkeiten hast, zum Abschluss zu kommen. Also hier können wir auf jeden Fall was machen. Was Pässe angeht, sind wir sogar über dem Bundesliga-Durchschnitt. Auch angekommene Pässe sind wir über dem Bundesliga-Durchschnitt. Viele Pässe sind wir unter dem Bundesliga-Durchschnitt, also das ist ja auch eigentlich ganz gut. Dann seht ihr auch Zweikampfverhalten, da führen wir ein bisschen weniger Zweikämpfer als der Bundesliga-Durchschnitt, aber die Quote ist sehr nah beim Durchschnitt, das ist auch wieder in Ordnung. Was mich halt bei sowas immer interessiert, ist dann, auf was für Mannschaften schaust du dann halt. Da muss man ja mal gucken. Jetzt siehst du zum Beispiel bei den Augsburgern, die haben wesentlich mehr gelaufen, wesentlich mehr Torschüsse, wesentlich mehr Abschlüsse. Das ist dann schon was, wo ich dann gerne immer drauf schaue, auch gerade so bei anstehenden Gegnern zum Beispiel. Jetzt spielen wir gegen Wolfsburg. Wenn man sich dann Wolfsburg anguckt, die laufen noch weniger als wir. Das musst du auch erstmal in Anführungszeichen machen im Schnitt. Also hier Werder-Bremen-Statistik 24-25. Dann siehst du hier 109 Kilometer im Ballbesitz. Da haben wir auch wesentlich mehr Zweikampfquote, haben wir mehr gespielte Peste, haben wir mehr angekommene Peste, haben wir mehr... Also Wolfsburg, was das angeht, das sieht schon gar nicht mal so verkehrt aus von uns, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Also so im kompletten Schnitt. Hier sehen wir auch unseren Top-Spieler, also die komplette Top-Bewertung bei uns, ist Marco Friedl mit einer Durchschnittsnote von drei. Bester Torschütze, derzeit tatsächlich Jens Day und auch bester Scorer. Das ist natürlich auch crazy, wenn man jetzt mal hier so drauf guckt, wie sieht es denn aus bei den besten Scorern, sehen wir auch Jens Day, sechs Spiele, drei Tore, drei Punkte. Weiser eben mit drei Punkten, weil er drei Vorlagen gemacht hat. Felix Agu, ein Tor, eine Vorlage. Dursch, ein Tor, eine Vorlage. Justin Jimmer, ein Tor, eine Vorlage. Und dann Köhn, Malatini, Schmid und Niklas Stark mit jeweils einem Scorer hier in den Saisonwerten, ganz wichtig auch, nenne ich, für einen einzigen Spieltag. Das sind einfach mal so ein paar interessante Statistiken, finde ich, wenn man das Ganze so ineinander legt oder wenn man das Ganze so ein bisschen vergleichen mag. So wird jetzt auch nicht jeder wahrscheinlich ein Fan von sein, weil es natürlich auch Zahlen, wie gesagt, die sind da auch manchmal einfach ein bisschen variabler. Das muss man auch einfach so sehen. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, und das steht, wie gesagt, oben ja auch hier nochmal drüber, also auch nochmal zum Nachlesen hier, ne. Werder Bremen Statistik 24, 25, also das ist auf die aktuelle Saison. Ihr könnt das auch, wie gesagt, auf die jeweiligen Spielpaarungen machen, ne. Also das geht dann auch, das könnt ihr dann genauso machen. Also jetzt zum Beispiel unser letzter Gegner war dann Freiburg, kannst du dann auch aneinander legen und dann siehst du halt auch das Ganze nochmal auf der Freiburger Seite, ne. So, wie das Ganze hier aussieht. Jetzt zum Beispiel bei Freiburg ist auch zum Beispiel nochmal was Interessantes oder wo ich es interessant finde, siehst du auch die Laufleistung im Schnitt. Bei den Freiburgern sind 119 Kilometer und wenn wir dann mal gucken, bei bundesliga.de auf der Seite zum Beispiel, bei dem Spiel gegen uns, ist Freiburg sogar über ihren eigenen Schnitt gelaufen. Also 121 Kilometer, wir 115 und dann siehst du halt eben auch bei der Laufleistung, wir haben halt im Schnitt 111, aber wir sind sogar mehr gelaufen als unser eigener Schnitt. Aber das hat halt eben auch nicht gereicht gegen sehr laufstarke Freiburger. Ja, das auf jeden Fall mal so ein paar Statistiken, die vielleicht einfach auch da interessant sind zu einer Bewertung oder zu so einem Zwischenfazit, so ein bisschen zu gucken. Ey, sechs Spiele sind um, wie stehen wir denn? Wie sieht das aus im Bundesliga-Vergleich? Ich glaube, dass das schon eine interessante Sache ist. Wenn wir jetzt auch nochmal natürlich auf die Tabelle schauen, dann sehen wir eben auch, wir hatten es ja gerade eben schon mal mit den Toren, Gegentoren, kannst du das Gleiche natürlich auch nochmal analysieren. Wir stehen gerade auf dem 11. Platz mit acht Punkten. Das ist natürlich etwas, wo wir trotzdem nach oben gucken. Freiburg jetzt mit einem Sieg gerade auf Platz vier. Hätten wir dieses Spiel gewonnen, wären wir mit elf Punkten auf Platz sechs gewesen, weil Freiburg ja dann weg gewesen wäre. Das heißt, Leverkusen ein hoch, Union ein hoch und wir wären auf Platz sechs gewesen. Elf Punkte punktgleich dann mit Platz vier und fünf Leverkusen Union und zwei Punkte hinter Frankfurt Platz drei. Also das wäre ein absolut mega geiler Saisonstart gewesen mit einem Sieg mehr. Das muss man einfach mal so sagen. Jetzt gerade ist es so ein bisschen so dieses, ja und das trifft dann auch mit diesem, was Kicker auch geschrieben hat, mit diesem komischen Gefühl. Es ist schwierig irgendwie so richtig zu sagen. Es ist nicht richtig schlecht, es ist aber auch nicht richtig gut, aber es fehlen auf jeden Fall Sachen. Wir haben einfach unsere paar Baustellen. Wir merken auch, wenn entscheidende Leistungsträger fehlen, die kriegen wir nicht ersetzt. Das muss man auch ganz klar so ansprechen, auch im Kader, auch in der Offensive. Das ist auch ein Thema definitiv. Wir sind da qualitativ nicht so gut aufgestellt, dass wir jeden ohne Probleme ersetzen können. Am allerkrassesten merken wir es bei Senne auch. Senne ist ein Dreh- und Angelpunktspieler in dieser Mannschaft. Der ist unser absoluter Ballverteiler. Der ist super, super wichtig. Wie er das Spiel eröffnet und auch das Spiel lesen kann, da haben wir keinen, der das annähernd nur machen könnte wie Senne. Das ist so. Das Problem dabei ist, wenn man jetzt sagt, ja gut Nico, dann brauchen wir halt noch einen Sechser. So, nee. Das Problem ist, wir als Werder Bremen sind kein Verein, die sich leisten könnten auch, so ein Spieler, also so Spieler dieser Kategorie zwei- oder dreimal im Kader zu haben. Dann wärst du schon auf einem europäischen Niveau. Also dann würdest du schon europäisch spielen, wenn du dieses Qualitätsniveau halten könntest. Was man aber natürlich machen kann, ist eben sich breit aufzustellen, eben Spieler zu holen, die vielleicht nicht qualitativ eins zu eins so ein Spiel auffahren können, aber vom Profil her vielleicht diesen Spieler ersetzen können, wenn es dann eben mal hart auf hart soweit ist. Und jetzt Beispiel Senne. So, das wird das Gleiche sein auch bei Weiser. Das überlegt mal. Letzte Woche und auch davor die Woche hat man gesagt, boah, Weiser offensiv brutal geil, mega krass und musst du auf jeden Fall weiter vorne spielen. Jetzt kommen schon die Ersten und sagen, boah, Nico, nach dem Spiel gegen Freiburg hat man ganz klar gesehen, kannst du nicht vorne spielen. Ich bin da überhaupt gar nicht bei diesem Schwarz- und Weißmalen dabei. Ich habe ja schon Wochen, Monate vorher mal gesagt, ich würde Weiser gerne offensiv spielen und bin auch jetzt dabei, dass ich sage, ey, der bringt uns vorne so viel Mehrwert mit. Und ich glaube auch, und das muss man auch mal beobachten, was Ole Werner so machen will, der ist schon ein Fan davon, mit drei Spielern offensiv vorne zu agieren. Sowohl damals bei Kiel im 4-3-3, aber auch bei uns hat er immer wieder versucht, dieses 3-4-3 richtig irgendwie umzusetzen. Hier muss man sagen, das ist nicht ganz so gut gelungen, in diesem klassischen 3-4-3, aber wenn wir in diesem 3-4-2-1 spielen, das heißt mit zwei Zehnern und einem Stürmer, dann lief das schon wesentlich besser. Das gehört ja auch mit zur Wahrheit, also das musst du ja auch dann eben mitsehen in diesem ganzen Bewertungschaos sozusagen. Bin ich zum Beispiel mit dem Besorgenstadt komplett zufrieden? Nein, auf keinen Fall. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, das Freiburg-Spiel zum Beispiel, das ist jetzt Nummer ein Beispiel, das war für mich, für mich persönlich, echt ein kleiner Nackenschlag. Weil es war ein typisches 0-0-Spiel und wir haben dieses Ding leider am Ende verloren, im eigenen Stadion. Da war für mich, da hättest du auf jeden Fall auch mehr über deine Laufleistung, viel, viel mehr, ich glaube, dass du über deine Laufleistung auch deine offensivqualität mehr gesteuert hättest. Du hättest dir viel, viel mehr Chancen erspielen können in diesem Spiel, obwohl es ein taktisch geplagtes Spiel war, aber du hast zu spät diesen Switch geschafft und der war halt auch am Ende einfach, hat es einfach nicht mehr gereicht. Aber es ist natürlich sehr deprimierend gegen Freiburg dann, auch in diesem Spiel, Spielverlauf, dass das dann am Ende für uns schlecht ausgegangen ist. Auch wenn wir jetzt mal allgemein auf die Ergebnisse gucken, nach diesem 4-3 gegen Hoffenheim, dachte ich, dass du diese Energieleistung übrigens, das greift auch der Kicker auf, also auch die sagen das, dass man da natürlich irgendwo vielleicht auch dachte, dass so ein bisschen was freigesetzt wird. Und das ist auch meine Meinung. Eigentlich, nach diesem Hoffenheim-Spiel hättest du mit so einer Energie ins eigene Stadion gehen können, dass du von Anfang an Dampf machst. Wir waren von Anfang an verunsichert und das war schon ein Riesenproblem. Wir haben es nicht geschafft, diese Verunsicherheit wegen den Gegentoren, diesen schnellen Gegentoren immer abzulegen und haben uns mehr darauf konzentriert, dann das irgendwie hinzubekommen, sicherzustehen, als auf die Offensive. Das ist dann immer bei uns so Hopp oder Topp. Entweder schaffst du es dann nach vorne oder nach hinten. Aber diese Mischung, das fehlt einfach. Und ja, dann hast du das Bayern-Spiel, das 5-0, gut, das haken wir mal ab. 2-1 gegen Mainz, das war echt richtig geil. Punkt gegen Dortmund, nimmst du prinzipiell mit. Ich glaube weiterhin, dass da mehr möglich gewesen wäre. Haben jetzt auch schon andere Gegner gegen Dortmund gezeigt, dass da auch mehr möglich ist gegen Dortmund aktuell. Und das 2-2 gegen Augsburg geht für mich in Ordnung, weil Augsburg das wirklich auch zum großen Teil gut gemacht hat und wir sogar noch am Ende Glück hatten mit dem VR. Der Pupokal war top. Das heißt, du kommst bei einem irgendwo okay. Also du bist irgendwo bei so okay. Du bist nicht bei, ey, mega geil, aber du bist auch nicht bei scheiße. Du bist irgendwo in so einem Mittelding. Passt dann auch zur Tabelle. Elfter, also jetzt Elfter wieder nominell bist du auf dem elften Tabellenplatz, aber wenn man sich das dann anguckt, sieht man auch, ey, es sind drei Punkte gerade auf Platz 5 und es sind vier Punkte auf Platz 5, 10. Also die Tabelle ist natürlich nach sechs Spieltagen auch noch sehr, sehr nah und eng beieinander. Also auch da kann sich natürlich noch ganz, ganz viel tun und ganz, ganz viel switchen. Das muss man ja auch mal so sagen. Fakt ist auch, wenn wir darüber sprechen, ob wir ein offensives Problem haben, was ja auch geschrieben worden ist oder die Frage ist, dann müssen wir natürlich auch mal gucken, wen haben wir denn da im Sturm? Wir haben im Sturm Keketopp, der mit Sicherheit im Laufe der Saison noch seinen Durchbruch schaffen wird, weil er einfach super viel mitbringt. Das merkst du auch, körperlich ist der total da in der Bundesliga. Ich erinnere nochmal an die Szene gegen Hoffenheim, wo der wirklich da den Ball festmacht, wie so ein Bullterrier. Auch gegen Freiburg hat er das nochmal richtig reingeworfen. Ich glaube, Timing wird noch so ein bisschen, Timing-Entscheidungsfindung, das werden so zwei wichtige Punkte sein für die nächsten Wochen für Keketopp, dann wird er durchbrechen. Bei Marvin Durchsch muss man sagen, der ist in dieser Saison noch nicht so richtig drin. Er ist für mich auch nicht, also absolut kein Zielspielerstürmer. Diese Rolle, wenn er da als alleinige Spitze, als Zielspielerstürmer agieren muss, ist überhaupt nicht für ihn gemacht. Da muss eigentlich dann ein Spieler wie Keketopp oder Justin Jimmer hin, ein Spieler, der entweder die Bälle hält, der die festmacht, damit dann eben so ein Romano, Weiser, Köln, Agu nachrücken können, die du dann wieder tief spielen kannst. Oder eben Justin Jimmer, den du sofort tief spielen kannst. Aber dieser technische Part, neben zwei weiter technisch starken Spielern mit Romano, Schmid und Weiser, funktioniert nicht. Da hast du drei Techniker, aber irgendwie keinen, der dir so diesen Weg in den letzten Dritteln aufs Tor bereitet. Also der dann wirklich geil auf dieses Tor ist. Das fehlt da einfach. Die Rolle ist nicht für Durchsch gemacht. Das muss man hier einfach sagen. Im Doppelsturm mit zum Beispiel einem Keketopp, einem Spieler, den er dann bedienen kann, das ist mehr was für Marvin Durchsch. Und Birk ist einfach diese Saison, das ist sein letztes Vertragsjahr, der wird irgendwie mit durchgeboxt, sage ich mal. Er ist natürlich immer mal eine Tempo-Alternative, ist körperlich auch da, ist der besten Fußballeralter. Kannst du immer mal zu Not reinschmeißen, ist aber überhaupt keine Priorität. Ein Keketopp ist da ganz klar vor, ein Durchsch wird vor sein, ein Marco Grühl wird ganz klar vor sein. Da muss man auch sagen, also für mich persönlich, das wird echt auch nochmal eine wichtige Phase werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten. Ob jetzt wirklich Grühl, ich bin mir selber noch nicht sicher, ob er wirklich eine Stürmer-Alternative wird, ob er eine Zehner-Alternative wird. Wo hin mit ihm, also wo macht er sich, wo passt er wirklich perfekt rein, wo, ich finde es ganz, ganz schwer. Er ist jemand, der extrem viel arbeitet, der letzte Saison extrem torgefällig war, nur bislang konnte er das bei Werder noch nicht so richtig zeigen. Da erhoffe ich mir natürlich auch was. Muss da übrigens auch nochmal sagen, jetzt haben wir ja gerade eigentlich Länderspielpause, ich verstehe nicht, warum wir kein Testspiel machen. Auch zum Beispiel jetzt Grühl ist auch da, also bleib da, könntest du Spielpraxis geben, könntest du das mit Weiser weiter versuchen, offensiv da in dem weiteren Testspiel. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, es wundert mich so ein bisschen, dass wir bis jetzt keinen Testspiel haben. Dann hast du einen Justin Jimmer, der dir eigentlich sehr vieles bringt, was du gerade brauchst, was du benötigst, der aber aktuell verletzt ist. Da müssen wir hoffen, dass wenn er wieder da ist, dass er auch fit bleibt, weil der wird in dieser Saison einer der wichtigsten Spieler. Da habe ich mich ja vor der Saison schon festgelegt, also auch in der schlechten Phase von Justin Jimmer und ich bleibe auch dabei, das wird so passieren. Das auf jeden Fall mal nur so mit Sturmalternativen, dann würde es ja weitergehen rein theoretisch. Du hast noch wieder, ähnlich wie Burke mit Nankishi, den, den du irgendwie das Jahr über mitnehmen wirst. Du hast mit dem Issa Kansen jemanden, der völlig aus dem Forst, Leon Opels spielt derzeit in der U23 viel Spielpraxis, holt sich da Selbstbewusstsein, macht da übrigens sehr gute Auftritte. Da bin ich gespannt, ob der nochmal hochgezogen wird. Falls er nicht hochgezogen wird im Winter, muss für mich persönlich Leon Opels vielleicht sogar verliehen werden auf einem höheren Niveau. Ich weiß nicht, ob dir langfristig dieses Regionalliga-Niveau dann wirklich was bringt. Derzeit jetzt gerade bin ich auch klar dafür, wenn er bei Werder nicht spielen kann, soll er unbedingt bei der U23 spielen, weil diese Jungs in dem Alter brauchen Spielpraxis. Das ist einfach nur mal super wichtig. Kater ist ja eh ein ewiges Thema. Aber ja, genau, so. Das auf jeden Fall mal dazu, also zu diesen Einzelspielern, dann zur Offensive im Allgemeinen, zu dem, wie wir dastehen und auch dem, was Ole Werner sagt. Ich persönlich, und da muss man auch sagen, Ole Werner sagte dann auch, er hat das Gefühl oder er geht mit diesem Gefühl auch in die Länderspielpause, dass, wenn wir das Bayern-Spiel herausnehmen, wir gegen jeden Gegner mithalten können und jeden Gegner schlagen können. Das ist prinzipiell ein sehr positives Gefühl, da bin ich auch dabei. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jeden Gegner schlagen können, bis auf vielleicht die Bayern. Sonst können wir jeden Gegner schlagen, so müssen wir da reingehen. Aber es wird einfach auch natürlich immer Spiele geben, die super schwer sind. Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, die werden ja auch alle noch kommen. Das wird brutal werden, das muss man auch so sagen. Aber du bist auch dann irgendwo in dieser Beweispflicht, wie jetzt zum Beispiel auch gegen Wolfsburg. Das würde auch so ein Spiel sein, jetzt nach der Länderspielpause. Eigentlich musst du Wolfsburg schlagen, sonst, je nachdem auch wie die anderen spielen, kann es für dich schon ungemütlich werden, wenn dann Leverkusen kommt. Und da weiß man natürlich nicht, wie es ausgeht. Aber ja, Wolfsburg ist für mich schon so ein Spiel, wo du wirklich so einen kleinen richtungsweisenden Step machst. Wenn du das verlieren solltest gegen Wolfsburg, dann wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen ungemütlicher werden in der Woche vor Leverkusen, glaube ich. Gewinnst du das Spiel gegen Wolfsburg, glaube ich, werden alle sagen, boah, das ist wirklich ein guter Saisonstart. Weil dann wirst du auf jeden Fall im oberen Drittel sein, wenn du gegen Wolfsburg gewinnst. Also wirst du wahrscheinlich einstellig sein und kannst so ein bisschen nach oben schielen, auch wenn da natürlich Leverkusen kommt. Aber du gehst mit einem anderen Gefühl da rein. Ist auch immer wichtig, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eigentlich mit weiten Strecken, was Ulle Werner zur bislangen Saisonleistung sagt, dabei. Wie gesagt, ich glaube, dass Baustellen bei uns sind auf jeden Fall die Laufleistung. Da müssen wir besser werden. In der Zweikampfquote sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber wir müssen zu mehr Abschlüssen kommen. Wir brauchen vor allen Dingen qualitativ bessere Abschlüsse. und wir müssen eben wirklich auf den Platz kriegen, dass wir absolut laufbereit sind und dass wir dieses Standing auch haben. Ich glaube, dass die Laufbereitschaft, also die Mannschaft mit der höchsten Laufbereitschaft, immer am Ende nochmal ein Pünktchen mehr holen können, als wenn du eben im Schnitt immer weniger läufst. Das ist einfach jetzt mal meine Meinung dazu. Ja, Offensive bin ich auch bei Ulle Werner. Ich finde auch nicht, dass wir zwangsweise ein 1 zu 1 offensives Problem haben. Ich glaube aber, dass das die nächsten Wochen definitiv besser wird. Dass wenn Weiser weiter offensiv die Chance bekommt, dass der ja immer besser wird. Dass wenn Girma wieder da ist, dass der sogar sehr schnell in die Startelf kommt. Und ich glaube, dass wir auch mit Köhn und Agu zwei Ausverteidiger haben, die uns mit Sicherheit auch den einen oder anderen Scorer garantieren werden. Agu übrigens über die rechte Seite gefallen mir auch seine Bälle, die er reinspielt, wesentlich besser mit seinem rechten Fuß dann. Ist ja auch Rechtsfuß. Und Köhn mit links, da muss man auch sagen, hat einfach einen super Abschluss. Also bei dem können wir vielleicht sogar noch auf ein paar Tore mehr hoffen in dieser Saison. Steyr hat seinen Kopf gefunden, das ist auch schön. Und wenn dann Romano, Schmid und Weiser noch den einen oder anderen macht, ist das auch nicht so verkehrt. So, also ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst gerne ein Däumchen da oben da, gerne ein Abo da. Wo ich vielleicht nochmal so am Ende nochmal sagen will, oder wo ich sehr gespannt bin, ist halt, wenn Girma zurück ist, ob Ulle Werner trotzdem bei dieser Dreier-Variante bleibt. In diesem 3-4-2-1. Er wollte ja, wie gesagt, immer auf diesen Dreier-Storm mäßig. Oder ob er wieder aufs 3-5-2 zurückbaut. Achso, da fällt mir gerade ein, während ich hier gerade noch rede. Ich habe sogar noch kurz was für euch. Ich habe eine Umfrage gestartet. Ich weiß, Community-Tab kriegt ja nicht immer jeder mit. Aber ich glaube, die ersten 600 haben es aber schon mal gesehen. Könnt ihr gerne noch mit abstimmen. Ich habe gefragt, welche Formation ihr derzeit am liebsten seht, auch für die nächsten Wochen. Und dann sieht man auch, fast 60 Prozent sagen 3-4-2-1 mit Doppelzehen. Und dann mit Schmid-Weiser, das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Das klassische 3-4-3, was wir in der Vorbereitung spielt haben, sagen 17 Prozent und 25 Prozent sagen 3-5-2-Doppelsturm. Also, auch da gerne mal eure Meinung rein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und wenn ihr jetzt dann eben noch ein bisschen Unterhaltung haben wollt, bis zum Stammtisch oder auch abends das vielleicht guckt, dann schaut doch sehr, sehr gerne hier bei meinem Zweitkanal vorbei. Gerade das Grillteller-Video kommt super bei euch an. Pulled Pork, das war hier mal so ein Experiment zu Hause. Morgen wird es da nochmal ein richtig geiles Video geben mit Mangal-Burger vs. Mangal-Döner. Nicht verpassen. Ich bin raus. Euer Reniko. Ciao, ciao. Ich schreib's auf Papier, lass es fließen. Werder Grün, weiß ich bin da. Doch so viele liegen auf dem Platz jetzt. Und ich war ein grün-weißer Karrevor, voller Energie in der Stadt. Pull up. Und ich bin Tag und Nacht für Werder da. Denn für den Verein gibt's nie ein, ein Jahr. Damals an der Weser-Team-Geist. Pärschenjubel, Kugelpitz. Heute im Spiel voller Power, Werder Bremen schießt.